Wenn ein Künstler seine Musik aufnimmt, wird sie als Studium-Master-Datei gespeichert. In dieser Datei sind alle für die Wiedergabe benötigten Informationen enthalten. Dies ist die reinste Musikquelle überhaupt und genau das, was der Künstler uns hören lassen möchte. Was wir tatsächlich hören, hängt allerdings davon ab, wie gut unser HiFi-System das Signal auf seinem Weg vom Mikrofon zum Ohr beschützt und wiedergibt. Viele Systeme sind von vornherein kompromissbehaftet, weil sie Musik nur in Formaten von minderer Qualität abspielen. Diese Formate unterschlagen Informationen der Studium-Master-Datei, um sie ihren eigenen Limitierungen anzupassen. Dadurch wird die Wiedergabequalität beeinträchtigt. Eine herkömmliche Audio-Kette hat zahlreiche Stufen wie lautstarke Regler, Schalter, Verstärker und Kabel. Jede analoge Stufe innerhalb dieser Kette fügt Störgeräusche und Verzerrungen hinzu, die das Signal weiter beschädigen. LIN-Systeme sind anders. Mit Einsatz der EXACT-Technologie werden alle verlustbehafteten analogen Stufen eliminiert. Es entsteht ein direktes digitales Bindeglied zwischen Studio und Lautsprecher. Damit ist die perfekte Übertragung der Studium-Master-Datei zum Lautsprecher sichergestellt. LIN-Systeme sind die direkteste Verbindung zwischen Ihnen und dem Künstler, die es jemals gegeben hat. Deine Bar lifet proclaims das Signal. Ich ziehe Sie sich das in einem Kassier. Alles in der Kassier-Datei zum Lautsprecher sichergestellt. Das war ein Rennerschlag. Das war ein Rennerschlag. Ich ziehe Sie sich das an, wie es zählt in der Kassier, die es jemals gegeben hat. Das war ein Rennerschlag.